Je früher wir Typ-2-Diabetes entdecken, desto effektiver können wir etwas gegen die Folgen dieser Erkrankung unternehmen. Wie wir Typ-2-Diabetes rechtzeitig identifizieren können, welche Symptome darauf hindeuten, dass diese Erkrankung vorliegen könnte, das wollen wir in dieser Folge miteinander besprechen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ProfiLabs. Warum ist es überhaupt so entscheidend, einen Typ-2-Diabetes rechtzeitig zu erkennen? Nun, durch die hohen Blutzuckerwerte, und das ist ja ganz charakteristisch für diese Erkrankung, kommt es zu einer Veränderung von Eiweißen und Fetten im Blut. Und diese haben dann leider die Eigenschaft, dass sie unsere Gefäße schädigen. Und wenn diese Schädigungen zum Beispiel im Bereich der Herzkranzgefäße auftreten, droht ein Herzinfarkt. Wenn diese Schäden dann das Hirn versorgenden Gefäße betreffen, dann haben wir in der Folge einen Schlaganfall häufig zu verzeichnen. Oder auch Veränderungen im Bereich der Nierengefäße existieren. Das kann zu einer Nierenschädigung führen, es können Nerven betroffen sein oder sogar auch die Netzhaut. Das heißt, unsere Sehkraft schwindet merklich. An welchen Symptomen erkennen wir denn, ob ein Typ-2-Diabetes vorliegt? Und da ist es leider so, dass es nicht immer spezifisch ist. Wir haben also durchaus auch Betroffene, die eben keine klassischen Symptome im Vorfeld haben. Und wo häufig erst das Auftreten der Folgeerkrankung, zum Beispiel ein Herzinfarkt, uns auf die richtige Diagnose bringt. Dann wiederum haben wir Personen, die nur sehr, sehr diskrete Symptome haben, wie zum Beispiel ein Leistungsknick. Also etwas, was bei ganz, ganz vielen Erkrankungen auftreten kann, aber unter anderem auch bei Typ-2-Diabetes gehäuft berichtet wird. Wenn wir uns die etwas spezifischeren Symptome anschauen, die dann allerdings erst in späteren Verläufen, muss man sagen, dieser Erkrankung auftritt, dann sind das vor allem vermehrter Harndrang und Durstgefühl. Dann ist es eine vermehrte Neigung zu Harnwegsinfekten oder insgesamt auch eine erhöhte Infektneigung. Eine Schwächung der Sehkraft durch eine Trübung der Linse. Und wir haben ein chronisches Hautjucken. Auch das berichten viele Menschen, viele Betroffene mit Typ-2-Diabetes, was unter anderem auch eine Folge von hohen Blutzuckerwerten ist. Und stellt sich natürlich die Frage, wie diese Symptome zu erklären sind. Der erhöhte Blutzuckerwert ist ja auch genau das, was die Symptome dann im Endeffekt verursacht. So ist zum Beispiel der vermehrte Harndrang dadurch zu erklären, dass der Körper versucht, die erhöhten Glukosewerte durch das Ausscheiden der Glukose über den Harn zu reduzieren. Das führt dazu, dass mit der Glukose auch vermehrt Wasser aus dem Blut in den Harn hinüber geht. Und damit wir einfach ein erhöhtes Harnvolumen haben. Und das führt dann zu diesem ständigen Harndrang. Die vermehrte Glukose, die dann im Harn sich befindet, ist dann wiederum auch ein super Nährstoff für Bakterien, die sich im Harn befinden. Das heißt, diese wachsen dort wesentlich schneller. Und es droht eben eine ständig wiederkehrende Harnwegsinfektion. Insbesondere bei Frauen ist das der Fall. Ein weiterer Faktor, der ebenfalls mit diesem Flüssigkeitsverlust einhergehen kann, ist diese chronisch gereizte Haut. Die Jugend der Haut, dieser chronische Puritus, auch der erklärt sich unter anderem dadurch, dass die Haut austrocknet und dadurch viel anfälliger ist für eben diese Missempfindung. Die abnehmende Sehkraft wiederum, auch das hängt mit einem erhöhten Blutzuckerspiegel zusammen. Denn wenn Glukose in hohen Konzentrationen vorliegt, lagert sich vermehrt Glukose in die Zellen der Linse, also im Auge ein. Und das führt dann dazu, dass in einem Abbauprozess die Glukose zu Sorbit umgewandelt wird. Und Sorbit ist wiederum auch eine stark osmotisch wirksame Substanz. Das heißt, das Sorbit zieht Wasser in die Zelle hinein. Und dann kommt es zu einem Zellplatzen. Das heißt, das vermehrte Wasser in der Zelle führt dazu, dass diese Zellen mit Wasser überladen werden. Das kommt dann zum sogenannten osmotischen Zelltod. Und dann der durchaus häufig auftretende Leistungsknick. Und damit ist nicht nur die fehlende, auch psychische Leistungsfähigkeit gemeint, sondern vor allem auch die körperliche Einschränkung. Das bedeutet, dass einfach die Muskeln vielleicht gar nicht mehr so intensiv arbeiten können, man allgemeine Schwäche verspürt. Und das ist wiederum eine Folge davon, dass vermindert auch Glukose in die Muskelzelle hineintransportiert wird. Infolgedessen einfach weniger Substanzen zur Verfügung stehen, weniger Energieträger zur Verfügung stehen für die Muskelarbeit. Was sollte man nun bei Vorliegen dieser Symptome machen? Und hier gilt es, wenn diese Symptome nicht innerhalb von Tagen von alleine zurückgehen, dass man diese Symptome unbedingt abklären sollte. Das heißt, eine ärztliche Konsultation ist in diesem Fall dringend anzuraten. Denn hier kann über eine einfache Blutuntersuchung sehr präzise dann auch eine Diabeteserkrankung ausgeschlossen oder beziehungsweise bestätigt werden. Das folgt unter anderem durch die Bestimmung der nüchternen Blutlucose. Das heißt, ohne Frühstück gleich morgens zum Hausarzt, zur Hausärztin. Dort wird dann eine Blutabnahme durchgeführt. Und anhand des Blutzuckerwertes kann dann auf eine diabetische Stoffwechsellage geschlossen werden. Das heißt, wenn diese Werte größer 125 mg pro Deziliter sind, dann liegt diese Stoffwechsellage vor. Und dann ist es auch hochwahrscheinlich, dass ein Typ 2 Diabetes besteht. Ein weiterer Test ist die Bestimmung des Langzeitblutzuckerwertes, der sogenannte HbA1c-Wert. Dieser reflektiert die Glucosehöhe der letzten etwa acht Wochen. Und auch dieser Test, wenn er denn positiv ausfällt, das heißt, über 6,4% beträgt, ist dann für das Vorlegen eines Typ 2 Diabetes sehr indikativ. Das heißt, bei Werten über 6,4% gehen wir ebenfalls von einer diabetischen Stoffwechsellage aus. Und dann gibt es als dritten Test noch den oralen Glucose-Toleranz-Test. Der läuft wie folgt ab. Der Patient, die Patientin, bekommt 75 g Glucose zu trinken. Und dann wird nach zwei Stunden der Blutzuckerwert bestimmt. Das heißt, der orale Glucose-Toleranz-Test ist letztendlich ein Marker, wie schnell Glucose aus dem Blut eliminiert wird. Ab 200 mg pro Deziliter nach zwei Stunden, auch dann müssen wir von einer diabetischen Stoffwechsellage ausgehen. beziehungsweise dann liegt in den allermeisten Fällen ein Typ 2 Diabetes vor. Wie können wir allerdings Betroffene rechtzeitig identifizieren, die keine Symptome aufweisen? Und da haben sich Früherkennungsmaßnahmen, wie die Check-up 35-Untersuchung, etabliert. Das ist eine Untersuchung, wo alle drei Jahre unter anderem der Blutzuckerwert bestimmt wird. Und wenn hier entsprechende Werte auffällig sind, kann entsprechend nicht nur in der Therapie, wenn dann die Erkrankung schon vorliegt, sondern auch in der Prävention einiges unternommen werden. Das heißt, wenn Vorstufen von Typ 2 Diabetes, wie zum Beispiel ein Prä-Diabetes, sichtbar sind. Das große Problem ist nur, diese Vorsorgeuntersuchung wird nicht von allen angenommen. Es ist sogar noch viel schlimmer, zwei Drittel aller Berechtigten gehen gar nicht zu dieser Untersuchung. Das heißt, obwohl es hier eine Möglichkeit gibt, dass wir über diese Untersuchung Vorstufen oder auch die Erkrankung selber identifizieren, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo wir noch Folgekomplikationen verhindern können, wird diese Untersuchung leider nicht in ausreichendem Maße wahrgenommen. Das heißt, hier ganz klar überlegen Sie sich gut, ob Sie diese Untersuchung nicht dann doch durchführen lassen wollen. Gerade in Bezug auf den Typ 2 Diabetes macht das durchaus Sinn. Außerhalb dieser Check-up 35 Untersuchung gibt es aber auch noch Szenarien, wo vielleicht eine enger, maschigere Kontrolle vonnöten ist. Das betrifft zum Beispiel Betroffene mit Prä-Diabetes. Das sind also Personen, bei denen Blutzuckerwerte bereits erhöht sind, ohne dass ein Typ 2 Diabetes vorliegt. Im gleichen Atemzug sollte man Frauen mit einem stattgehabten Schwangerschaftsdiabetes nennen. Denn bei beiden Personengruppen, also Prä-Diabetes, als auch bei Schwangerschaftsdiabetes, beträgt die 10-Jahres-Wahrscheinlichkeit für die Ausbildung eines Typ 2 Diabetes in etwa 50 Prozent. Das heißt, hier macht es durchaus Sinn, engmaschiger zu kontrollieren. Neben den Risikofaktoren Prä-Diabetes und Schwangerschaftsdiabetes gibt es aber auch noch individuelle Faktoren, die unser Diabetesrisiko treiben. Dazu gehört vor allem die zentrale Adipositas. Das heißt, die Vermehrung des Bauchfetts, das viszerale Fettgewebe, das sich dadurch ausdrückt, dass wir einen vermehrten Bauchumfang haben. Also bei Männern ab 102 Zentimetern, bei Frauen ab 88 Zentimetern liegt ein deutlich erhöhtes Diabetesrisiko vor. Es gibt aber auch noch andere Faktoren, die hier ein individuelles Risiko deutlich erhöhen. Die familiäre Belastungssituation, das heißt, Genetik spielt eine große Rolle. Das Thema Hypertonus, also Bluthochdruck oder auch das Altern, sind ebenfalls Faktoren, die auf unser individuelles Diabetesrisiko einzählen. Und nicht zuletzt die Art und Weise, wie wir uns ernähren und bewegen. Bewegungsarmut und eine ballaststoffarme Ernährung, auch das sind Faktoren, die mit einem erhöhten Typ 2 Diabetesrisiko einhergehen. Wer das etwas genauer wissen möchte und sein individuelles Diabetesrisiko einmal ermitteln möchte, der kann das natürlich über die Hausarztin den Hausarzt tun, aber auch im Internet gibt es einige Adressen, die sich durchaus eignen dafür, das entsprechende Diabetesrisiko zu errechnen. Wieso halte ich es für extrem wichtig, dass wir unser individuelles Diabetesrisiko kennen? Nun, weil wir es doch in der Hand haben, gerade die modifizierbaren Faktoren, wie zentrale Adipositas, wie über unsere Bewegungsverhalten oder auch unsere Essgewohnheiten, zu minimieren. Kommen wir zum Fazit. Zum einen ist es so, dass Typ 2 Diabetes meist keine spezifischen Symptome macht. Das heißt, wir müssen auch bei unklaren Symptomen, die über längere Zeit bestehen und von alleine nicht weggehen, immer daran denken, dass ein Typ 2 Diabetes vorliegen könnte. Zweitens, Früherkennungsuntersuchungen wie Check-up 35 erlauben es uns, gerade bei denjenigen Betroffenen ohne Symptome rechtzeitig die Erkrankung zu erkennen, damit eben noch die Chance besteht, damit keine Folgeerkrankung oder weniger Folgeerkrankung auftreten. Drittens, jeder sollte sich über sein individuelles Diabetesrisiko einmal im Klaren sein. Denn das hilft nicht nur bei der Früherkennung, sondern vor allem auch bei der Prävention dieser Erkrankung. Wenn wir also sehen, dass unser individuelles Risiko zum Beispiel durch die zentrale Adipositas, das heißt durch einen vermehrten Bauchumfang, getrieben wird, dann haben wir es selber in der Hand, etwas dagegen zu unternehmen, um unser individuelles Diabetesrisiko doch beträchtlich zu senken. Wie wir unser Risiko für Typ 2 Diabetes minimieren können oder was wir unternehmen können, wenn diese Erkrankung bereits vorliegt und welche Rolle hier vor allem die Ernährung spielt, das wollen wir in einem anderen Video miteinander besprechen.